Nur kaltes Blut, sagte Beck. Sie läuft fort, um ihren Brief in den Kasten an der roten Säule zu stecken. Keine Stunde wird vergehen und sie ist wieder hier. Die Wartezeit schien endlos lang. Es war ihnen, als hätte es drei Stunden gedauert statt einer, bis sie die schlanke Gestalt um die Ecke schlüpfen und ins Haus zurückkehren sahen. Mehrere Türen wurden leise geöffnet und geschlossen und gleich darauf verkündete ein leichter Schritt im oberen Stockwerk, dass Anna Kulin wieder in ihrem Zimmer war. Jetzt ist die Reihe an mir, sagte Beck. Warte hier auf mich. Und ohne ein Wort der Erklärung schritt er in größter Eile über den Rasenplatz davon. John Woodruffs zweite Wartezeit war kürzer. Allein er verging fast vor Ungeduld. Ehe noch eine Stunde um war, trat Beck keuchend vom raschen Lauf wieder ins Zimmer. Ich habe mein Netz herausgezogen und den Fisch gefangen. Dann, sagte er und nahm aus der Tasche ein Netz von dünnen Seidenfäden, die so fein waren wie ein Spinngewebe. In den fast unsichtbaren Maschen hing ein Brief. Ein schlauer, aber höchst einfacher Kunstgriff, den ich dem geschicktesten aller Postdiebe abgelernt habe. Man steckt das Netz in die Spalte des Briefkastens. Und wer nichts davon weiß, sieht die Fäden nicht. Hier, die Springfeder aus feinem Draht hält das Netz offen und alle Briefe fallen hinein. Gleich heute Morgen, nachdem der Hochzeitskuchen abgegeben wurde, habe ich meine Vorrichtung angebracht. Es war nicht das erste Mal. Noch fünf andere Fische hatten sich außer diesem gefangen. Die habe ich alle wieder zurückgeworfen. An wen glaubst du wohl, dass der Brief gerichtet war, John? An Dr. Coleman Woodruff in Liverpool. Richtig geraten. Und Fräulein Anna hat die Adresse geschrieben. Zwar mit etwas zittriger Hand, aber es ist doch unverkennbar ihre Schrift. Jetzt werde ich mir die Freiheit nehmen, nachzusehen, was Anna Kuhl in ihrem Vetter, der ihr so widerwärtig ist, mitzuteilen hat. Er öffnete den Brief ohne weiteres und las. Er öffnete den Brief ohne weiteres.